Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 19. Juli 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1226. Heute mit den folgenden Themen. Bosch E-Bike, Samsung Pay, Epic, Pixelmator, Menü, Bar, Signal Story, Huawei, Samsung und Snapchat. Zuallererst starten wir mit Bosch und zwar mit dessen E-Bike-Abteilung, von der ein Grossteil hier in der Schweiz ansässig ist. Und darüber sprechen wir jetzt ganz kurz. Im letzten Jahr ging es da vor allem um Konnektivität, die Verbindung mit dem Smartphone, mit Apple Health und Google Fit etc. sowie grössere Akkus. Also für dieses Jahr, im letzten Jahr für dieses Jahr und in diesem Jahr fürs nächste Jahr geht es in Richtung Sicherheit. Die neuen Bosch Motoren, welche bei vielen E-Bikes eingebaut werden, generell die Technik da rundherum, die sollen ein ABS-System bekommen. Das heisst, beim Fahren soll nicht nur das Hinterrad gebremst werden, sondern gleichzeitig auch das Vorderrad und somit ein sicheres Geleiten, sicheres Fahren bieten. Es sollen auch mehr Sensoren zu, Geschwindigkeit, Bremsdruck und so weiter und so fort mit reinkommen, sodass man eben einfach sicher unterwegs sein kann. Auch soll ein Diebstahlschutz direkt ins Bike integriert werden, sowas wie man von Stromer E-Bikes schon kennt, mit einer Swisscom SIM-Karte drin, wo man dann eben das Fahrrad wieder findet, wenn es mal geklaut wurde. Das Ganze ist da schon mit drin. Das heisst, sobald ihr das Fahrrad abstellt, irgendwo wird das gleich aktiv. Ihr werdet über euer Push oder via Push auf eurem Smartphone informiert, falls da was passieren sollte. Und das Tolle, wenn ihr euch mit dem Smartphone am Fahrrad nähert, wird es freigeschaltet und ihr könnt losfahren. Müsst kein Knöpfchen drücken, keine App starten, nichts dergleichen. Es kommen auch noch andere Geschichten und auch wieder nochmals ein bisschen mehr Akku dazu. Ich bin schon sehr gespannt und würde mich, es juckt mich ja schon lange, so ein E-Bike. Aber mal schauen, was das nächste Jahr so bringt. Neuigkeiten gibt es auch bei You, dem Fintech aus der Schweiz. PostFinance und Swissquote haben dann Joint Venture. Ich habe schon mehrfach darüber berichtet. Promo-Code gibt es natürlich wie immer, da könnt ihr euch 25 Trading-Credits sichern, um da sinnvoll zu starten damit. Aber was sind die Neuigkeiten? Ja, neu ist jetzt Samsung Pay. Samsung Pay mit drin. Nach Google Pay und Apple Pay der dritte im Bunde für das Einfache und Schnelle bezahlen. Wie das Ganze funktioniert, wie ihr es aktiviert, auf daily.geektalk.ch und oder im Podcatcher eures Vertrauens findet ihr die ganzen Informationen dazu. Die Geschichte zwischen Apple und Epic geht ja schon länger in eine neue Runde. Respektiv Anfang des Jahres gab es ja da eine Aussage von der jeweiligen Stelle, also vom Gericht damals. Und sowohl Epic wie auch Apple, die eigentlich gewonnen haben, Epic hat nämlich auf der vollen Breite verloren, haben gesagt, sie werden dagegen vorgehen. Apple möchte nicht gezielte, gesonderte Bezahlfunktionen mit integrieren. Was sie aber vor allem gesagt haben, ist, dass es Epic nicht geschafft hat, das zu tun, was sie gesagt haben. Also sie sind weder geschädigt, noch sind sie iOS-Entwickler und haben da Einbußen etc. Epic konnte vor dem Gericht, während der Gerichtgeschichte, aber auch nicht jetzt im Nachhinein da irgendwas nachweisen. Und somit sieht sich Apple im Recht und möchte das Ganze durchdrücken. Das wird sicherlich noch ein Weilchen gehen. Man geht davon aus, dass sich das bis in den Sommer 2023 ziehen wird. Ich bin gespannt und drücke weiterhin die Daumen, dass da mal was rauskommt. Neuigkeiten gibt es zu der App Pixelmator, eine Photoshop-Alternative für den Mac und für das iPad und auch für das iPhone, die wirklich toll ist, gut ist, einfach ist und vor allem günstig im Vergleich zu dem grossen vorgenannten Produkt. Da gibt es jetzt Neuigkeiten zum Design. Das wurde angepasst. Es gibt Möglichkeiten oder neuere Möglichkeiten zum Öffnen und Exportieren von Dokumenten. Die Leistungsverbesserung wurde an der Metal-Powered-Engine angepasst und so weiter und so fort. Dieses Mal ist ein grösseres Update, obwohl nur ein Punkt-Update quasi ist. Dann gibt es auch ein Update auf die Version 5.0 bei der Menübar-Controller for Sonos. Das ist der gleiche Entwickler, der auch die LütLYD-App für die Apple Watch zum Steuern von Sonos-Lautsprechern entwickelt hat. Beide habe ich euch im Pogipsi.ch-Blog schon mal vorgestellt. Die Version 5.0 kann ein bisschen mehr und das Schöne daran ist ja, es ist kein Abo. Ihr kauft euch einmalig die App, in dem Fall für 2,99 Euro in Euro zumindest. Wie viel Schweizer Franken weiss ich gerade nicht auswendig. Ihr behaltet dann das rechte Jahr lang ein Update oder Updates zu bekommen und behaltet dann die App auch mit all den Funktionen. Was ihr, wenn ihr nicht wieder nachschiesst, nicht bekommt, sind dann die neuen Funktionen, aber ihr behaltet immer das, was ihr bezahlt habt. Und das finde ich eine faire Geschichte. Somit, ja, wie gesagt, Version 5.0 Update, Shortcut-Integration, Heimkino-Einstellungen und so weiter und so fort, kommt da alles mit rein. Wer die App nutzt, hatte ich mal, als ich noch mehr Sonos genutzt habe. Aber eben, wer Sonos Lautsprecher hat, ein Mac OS-Betriebssystem, der sollte sich das auf jeden Fall ein bisschen genauer anschauen. Dann geht es weiter mit der Signal-Story. Und nein, es ist nicht die Signal-Story. Es geht da nicht um die Geschichte von Signal, es geht um die Story-Funktion in Signal. Und jetzt habe ich genügend mal Signal gesagt, wie schon bei WhatsApp, Instagram, Facebook und so weiter und so fort, ist ja schon länger im Gespräch, soll auch bei Signal eine solche Story-Funktion folgen. Anfang des Jahres tauchte sie in Reddit auf, da gab es erste Screenshots dazu. Jetzt verdichten sich die, haben wir Sommerloch? Oder es verdichten sich wirklich die Gerüchte, dass das Ganze nächstens kommen wird. Wir werden es sehen. Komischerweise schreibt der Cashy vom Stadt Bremerhaven-Blog, dass es am 27. Juli ein Huawei-Event geben soll, wo es um Huawei Smart Office Produkte gehen soll. Angeblich sollte auch Harmony OS 3 gezeigt werden. Ich bin dezent verwirrt, ich war ja erst gerade in Berlin, da ging es um Huawei Smart Office Produkte. Aber keine Ahnung, doch die Deutschen waren auch da. Weshalb? Aber ich weiss es nicht. Mal schauen, ob es den Event wirklich gibt, ob wir mehr als Smart Home Produkte sehen werden. Harmony OS 3, das wäre doch was. Würde ich mich auch freuen. Auch gibt es Neuigkeiten und dann bleiben wir gleich bei dem Vorstellungstermin. Samsung Unpacked. Man weiss jetzt, wann der Termin ist. Eve Blass hat das Ganze nämlich geleakt. Am 10. August soll das stattfinden. Was wird gezeigt? Ein Galaxy Z Flip 4, so wie es ausschaut, zumindest auf dem Foto. Man munkelt auch die Galaxy Watch 5, so wie die Galaxy Watch 5 Pro. Und was mehr kommt, wissen wir nicht. Ob das kommt, wissen wir auch nicht. Aber die Bilder könnten es zumindest verraten in die Richtung. Zu guter Letzt gab es noch Neuigkeiten von Snap, der Firma hinter Snapchat. Die haben nämlich Snapchat für das Web angekündigt. Kommt zuallererst in den Staaten in Grossbritannien, in Kanada, Australien und Neuseeland. Aber nur für diejenigen, die Snapchat Plus Abonnenten sind. Also ein bisschen Geld in den Topf schmeissen. Wir haben ja schon mal davon gesprochen, relativ teuer für das, was alles mit drin ist. Jetzt mit Snapchat für Web könnte sich das natürlich ein bisschen wandeln. Aber das richtet sich auch eher an Menschen, die eben keine App haben auf ihrem Smartphone und das Ganze über den Browser nutzen möchten. Man kann ganz normal Snaps hochladen, man kann ganz normal Videoaufrufe durchführen. Also somit sollte es eine relativ funktionstüchtige oder fähige Web-App sein. Das Angebot soll später dann auch auf weitere Länder ausgerollt werden. Wir dürfen es sehen und bald bezahlen, wenn wir solche Dinge nutzen möchten. Und oder eben auch nicht. Das ist ja jedem selber überlassen. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Habt einen sonnigen und heissen Start in diesem Tag. Und wenn ihr mögt, hören wir uns bald schon wieder. In diesem Sinne, bis dann. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.